Wir sind heute natürlich sehr, sehr glücklich, das Spiel gewonnen zu haben, ins Halbfinale eingezogen zu sein. Ich denke, dass wir eine erste Halbzeit gesehen haben, die aus unserer Sicht durchwachsen war, wobei das auch ein Stück weit die Erwartung war. Ich finde, dass wir gerade gegen den Ball über weite Strecken recht stabil waren, wenig zugelassen haben. Das war mir wichtig. Das war auch der Grund für die personelle Aufstellung. Wir hatten nicht allzu viel Torgefahr auf dem Platz, aber hatten natürlich die Möglichkeit, daran in der zweiten Halbzeit etwas zu ändern. Ich finde, dass wir da insbesondere in der zweiten Halbzeit extrem geschlossen agiert haben, ziemlich sehr fleißig waren, auch nach Ballverlusten immer wieder mit nach hinten gesprintet sind, immer wieder es geschafft haben, auch gemeinsam das Tor zu verteidigen. So ist das Spiel gelaufen und ich meine unterm Strich auch für uns dann ein verdienter Sieg, wenn es natürlich auch spät war. Aber ja, wir sind natürlich super happy mit dem Sieg und jetzt geht es darum, diese positive Stimmung auch mitzunehmen in die restliche Woche. Klar freue ich mich für ihn. Ich freue mich, dass er uns helfen konnte. Ich habe es der Mannschaft vorhin schon gesagt, genau das ist der Weg. Er hat nicht begonnen, ist dann reingekommen und hat das Spiel entschieden. Es geht nur so, dass wir jetzt da geschlossen als Gruppe die nächsten Wochen bestreiten. Das muss der Weg sein und das ist natürlich ein perfekter Auftakt, um genau das dann auch zu dokumentieren. Ich habe allgemein heute eine Gruppe gesehen, die mitgelebt hat, die Bank hat mitgelebt, die Wechselspieler sind über den ganzen Platz gelaufen, um mit Enzo zu feiern. Das muss der Spirit sein, aber unsere Aufgabe wird es sein, spätestens ab morgen das dann auch wieder einzufordern.